Hey Bros, ich bin Jock D'Aignan, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Weiter geht's mit GTA 5, die John Wick Mod. Und diesmal werden wir uns ein bisschen auf eine andere Mission hier bereit machen, ja, irgendwas schwereres diesmal. Und ich steige einfach mal über eine Mustang, ich darf das. Normalerweise darf man nicht über eine Mustang steigen, aber ich darf das, ich bin John fucking Wick. Wir werden heute mal irgendwas krasseres machen, irgendwie nicht sowas simples wie bisher. Wir machen irgendwas schwereres und zwar, ja, Mobcleaning hatten wir schon. So, wir machen jetzt mal den Handy weg, wir machen jetzt mal den Dealbreaker. So, wir machen jetzt mal den Dealbreaker. Help your guys next to the boat full of heroin. Oh, da geht's jetzt irgendwie um Heroin. Okay, das ist schon mal nice. Wir müssen denen helfen, das heißt, irgendwie ist da wohl ein Drogendeal am Laufen und ich muss helfen, damit das alles irgendwie klappt. Bam, nice, so ein wunderschöner Drift. Damit legt man direkt los in die Mission. So gehört sich das und wir machen weiter. Ja, ich hoffe, das Ganze hier gefällt und natürlich wie immer, nicht vergessen, dass ein Däumchen da, wenn das immer so ist. Da gibt's mehr GTA Mods, was es so und so geben wird, aber dann hab ich mehr Freude dabei. Ist ja auch egal. Scheiße. Durch da, durch da, durch da. Wir wissen ja, Mustang darf nicht in Kratzer rein. Ah! Da wäre fast ein neuer Mustang in meinen alten Mustang. Dort geht der gar nicht. Die neuen Mustangs gefallen mir, by the way, überhaupt nicht. Ich finde, die neuen Mustangs sind irgendwie, keine Ahnung. So, ich muss jetzt also meinen Jungs helfen. Warum meinen Jungs? Ich hab keine Jungs. Ich bin John Wick, ich bin alleine, aber okay, wir machen mal. Wir machen mal hier, was da steht. Und fellow jump. Kill the enemies. And get in the boat. Ach du Scheiße. Okay, Jungs, ich bin da. John Wick ist da, bitches. John fucking Wick ist da. Auf wen muss ich schießen? Wer gehört zu mir? Die gehört nicht zu mir. Das ist die Polizei. Ach du Scheiße, wir legen uns hier mit der Polizei an. Oh fuck. Wir legen uns also mit der fucking Bullerei an. Das ist nicht gut. Ich muss ins Boot. Ach du Scheiße. Okay, da oben ist auch noch ein Heli. Der wohl nicht zu mir gehört. Auf keinen Fall gehört er zu mir. Okay, ich snipe nochmal ein bisschen weg hier aus der Distanz. Ich glaube, das ist gar nicht mehr so schlecht. Träst mein Schorschießen quer, je wix her. Oh Scheiße. Die Mülltonaut hat doch nichts getan. Die Mülltonaut hat doch nichts getan. Scheiße, meine Jungs sind tot. Die sind alle tot. Oh shit, die sind alle tot. Okay, ich bin wohl ein bisschen zu spät gekommen. Oder die können einfach nichts. Eins von beiden. Ich glaube, die können aber nichts. So, ich mach euch fertig, ihr Bitches. Mach euch alle fertig. Wo ist der? Ich seh ihn nicht, ich seh ihn nicht. Oh shit, oh shit. Da ist noch. Oh fuck. Okay, der muss runter. Der muss runter. Ach du Scheiße. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Der Heli ist weg. Heli, komm zurück. Ich hab eine Rakete für dich. Und. Ah, fuck. Okay, da kommt mir einer zu nahe. Da kommt mir einer viel zu nahe. Weg mit dir. Nice. Okay. Der Heli ist jetzt ein bisschen weiter weg. Ich muss ins Boot. In welches Boot denn überhaupt? Scheiße, Raketenwerfer. Gib mir einen Raketenwerfer, Mann. Ich brauch einen Raketenwerfer. Hab ich nicht einen besseren? Hab ich nicht einen besseren Zielsuchenden? Komm, hilf mir. Und. Ah, scheiße. Voll vorbei. Shit. Das war nicht gut. Hab ich noch was anderes? Hab ich noch? Ich hab noch eine Minigar. Natürlich hab ich keine Sachen dabei. Lenkraketenwerfer. Komm, wenn der nicht hilft, dann weiß ich auch nicht. Und. Kaboom. Nice. Bitch is down. Okay, da vorne ist das Boot. Aber das sind doch irgendwelche Gegner. Egal, ich muss ins Boot. Komm, rein da. Scheiße. Hat nicht funktioniert. Steig doch rein, John. John, ins Boot. Komm schon. Rein da mit dir. Heilige Scheiße. Zu der Marina. Welcher Marina? Wohin? Da muss ich hin. Okay. Schaffen wir. Weg hier auf jeden Fall. Kann ich da? Ich bin nicht so ein guter Bootfahrer. Aber ich muss da irgendwo hin damit. John, was machst du, Mann? Du machst das fucking Boot kaputt. Okay, durch hier, durch hier, durch hier. Ganz nach hinten. Und hier so eine schöne Wende. Ja, das funktioniert. Geht sogar ganz gut. Yes. Ich glaube, ich bin auch die Typen los. Ich glaube, da kommt nichts mehr irgendwie. Ich hätte vielleicht eher ein bisschen rein müssen, damit vielleicht irgendjemand von meinen Jungs, angeblich meine Jungs, überlebt. Da sind alle draufgegangen. Wow. Das war ein bisschen riskant, aber egal. So, ich mache noch kurz das weg hier, damit ich auch sehe, wo ich hin muss genau. Bootfahren habe ich nie gemocht. In keinem einzigen geht. Ja, ich weiß nicht, ich bin kein Bootfahrer. So. Und hier hin und wieder wollen muss ich, oder? Ich muss doch hier hin. Nice. Cool. Die Mission ist completed. Das ist doch mal cool gewesen, oder? Mein Auto ist aber irgendwo ganz woanders. Wie komme ich jetzt zu meinem fucking Auto? Das ist blöd. Tja, da müssen wir uns halt einfach ein neues spawnen. Ganz einfach. So. State vehicles. Bam. Ganz easy. Scheiß drauf. Und dann fahren wir wieder zurück. Ich meine, John Wick kann doch nicht in ein anderes Auto einsteigen, außer den Mustang. So, wieder zurück zum Red House. Das ist auch eine coole Mission, muss ich sagen. Gefällt mir. Dass man da irgendwie so schnell wie möglich hin muss. Und durch den Zaun. Bam. Und die Typen da töten. Und da auch noch rein. Und da war auch noch ein Heli. Richtig cool. Ohne Scheiß. Die Mod ist Hammer. Weil man da nicht einfach irgendwie random irgendwelche töten muss, sondern auch wirklich Missionen erfüllen muss. Und dafür auch bezahlt wird. Und das ist alles anonym, wie man sieht. Das ist Hammer. Gefällt mir. Nur, wie gesagt, darf ich diese Golffahne nicht zu nahe kommen. Denn die ist böse. Die macht mein Spiel kaputt. Schau, aber manchmal funktioniert dieses Simple Mod Fuel. Und manchmal funktioniert die nicht. Seht ihr das? Ich steig dann hier wieder ein. Und dann. Will den nicht. Ich glaube, das hat mit meiner Taste was zu tun. Wo ich meine. Ah, jetzt geht's wieder. Guck. Seht ihr das? Strange. Gar nicht, was das ist. Bin ich ein bisschen blöd. Uäh. So. Ab in die Garage. Kann ich einfach in die Garage hineinfahren. Ist das möglich? Einfach in die Garage hineinfahren. Und hier das Geld aufsammeln mit dem Auto. Nein. Kann ich nicht. Okay. Gut. Dann. Geld aufsammeln. Vielen Dank. Dankeschön. Wunderbar. Freut mich. Sehr nett. Und wir müssen wieder auf die andere Seite rüber. Machen noch eine Mission. U-Turn. Und das Auto ist so geil. Oh, dieser Sound auch. Uuuuh. Und. Naja. Zehn Meter weiter drüben und das wäre cool gewesen. Und das ist so geil. Und das ist so geil. raussuchen. Was nehmen wir diesmal. VIP Protection. Komm, wir machen mal eine VIP Protection. Das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. Da will ich schauen, was das ist. Muss irgendein VIP. Get to the destination quickly. Kein Problem, Mann. Kein Problem. Musst du so jemanden in den Arsch retten. Wo ist das? Das ist Director Dream. Okay, machen wir. Diesmal wird es mir auch angezeigt. Das ist nett. Das ist gar nicht mehr weit. 600 Meter. Kein Problem. John Wick is on the way, bitches. John fucking Wick. Kommt. Und das Wier kommt. Mit einem Mustang. Oh, stylisch. Ich weiß, dass ich voll oft Mustang sage. Aber muss man. Okay, hier. Hier ist es. Nein, noch nicht ganz. Ich dachte, ich muss darüber. Aber ich muss hier hin. So, ich bin da. Wow. Kill the enemies and keep the contractor alive. Okay. Das schaffen wir. Hoffe ich mal. Oh, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Okay, wir packen das. Wir machen das schon. Oh, shit. Oh, shit. Okay, die wird richtig beschossen. Ach, du Scheiße. Oh, das habe ich nicht gesehen. Oh, ich muss aber auch ein bisschen Gas geben, dass er nicht erschossen wird. Oh, fuck. Nein, ich will doch keinen Mappetitor öffnen. Warum ist das mit Controller überhaupt zum Öffnen? Oh, shit. Nein, 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 nein. Bitte, ich will nur nach hinten gucken. Okay, aber wenn ich das mache, dann... Ach, das ist doch Scheiße. Okay, okay. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Komm schon. Ihr werdet mich nicht töten. Ihr werdet mich nicht töten. Oh, Mann. Ich muss aufteilen. Ich muss aufteilen. Schnell. Scheiße. Scheiße, die Mission ist fehlgeschlagen. Die Mission ist fehlgeschlagen. Ach, du Scheiße. Oh, nee. Das war nicht gut. Das war alles andere, als gut, was ich gerade gemacht habe. Du stirbst mal endlich hier. Gut, werden wir wiederholen müssen. Macht nix. Oh, die Polizei ist auch noch hinter mir. Och, du Scheiße. Okay. Gut, Polizisten. Ich hau ab. Ist schon gut. Ist schon gut. Hört auf. Hört auf. Ich bin schon weg. Auto, fahr doch. Fahr doch. Shit, Alter. Wieso wollte das Auto nicht fahren? Oh, fuck. Zum Glück bin ich hier gleich in der Nähe. Wuhu. Wuhu. Dann können wir das dann schon nochmal versuchen. Dann können wir das ganz schön nochmal versuchen. Wohu. Vielleicht muss das mit Bullen loswerden. So, wir versuchen das Ganze nochmal. Hoffentlich gibt es wieder so eine VIP-Protection-Mission, denn ich habe ein bisschen verkackt. Das war echt nicht gut von mir. Und gibt es leider nicht. Es gibt ein Mobcleaning. Es gibt De-Breaker. Machen wir mal einen De-Breaker. Komm. De-Breaker war eigentlich sehr witzig davor. Machen wir nochmal. Oh, das ist aber dasselbe wieder vor. Ne, dann will ich das nicht machen. Moment. Cancel. Wie cancel ich das? Wie stand das jetzt? Press right. Plus y. Oder O? Oder 0? Ich will das nicht mehr machen. Ich will eine andere Mission machen. Gib mir eine andere Mission. Ah, hier. Passt. VIP-Protection. Das will ich machen. So. Das habe ich Bock. Das habe ich Bock. Gut. Wo ist mein VIP? Wo ist der VIP? Hallo? VIP? Wo? Was? Wie? Hä? Habe ich jetzt die Mission nicht angenommen? Warte mal. Da. VIP-Protection. Will ich machen. Okay, da. Get to the destination quickly. Passt. Jetzt habe ich die richtige Mission. Man kann ja die Mission eben aussuchen. Komm rein da. Ab in den Mustang 1 Kilometer schaffen wir. Diesmal werde ich aber gucken, dass die meinen VIP nicht töten. Ich hätte das ein bisschen klüger machen sollen, wenn ich mitten auf der Autobahn aufsteigen soll. Warum steige ich mitten auf der Autobahn aus? Ich bin schon ab und zu leicht behindert, wo ich mir denke, hä, hä, was ist das Lass mit dir? Auf der Autobahn sollte man nicht einfach raufstehen aus dem Auto und ballern. Ja, das ist ein bisschen blöd. Deswegen machen wir das Ganze jetzt ein bisschen klüger. Und werden da irgendwie... Ja, geht doch nicht über die Stange. Der arme Mustang, Mann. Oh, ja, wird alles voll mit Blut. Ja, ist ja froh, dass ich auf der Mission bin. So, wo ist der VIP? Da ist der VIP. Steig mal ein, bitte. Steig ein. Sie kommen schon. Hm? Nein, tun sie nicht. Okay, warte mal. Ich könnte doch eigentlich auch hier im Auto bleiben, oder? Eigentlich könnte ich das doch. Eigentlich könnte ich das. Aber hier ist schlecht zum Kämpfen. Hier ist sehr schlecht zum Kämpfen. Wir müssen irgendwo hin, wo man die gut bekämpfen kann. Die Frage ist, wo? Wir werden mir ohnehin, glaube ich, folgen. Dann müssen wir uns hier irgendwie gut verschanzen. Hier, Baustelle. Baustelle ist doch gut. Super, da fahre ich jetzt hoch mit dir. Ja. Hoch hier mit dem Auto. So. Hier verschanzen wir uns. Denn hier können sie nur von einer Seite kommen. Passt. Super. So, du bleibst bitte da, wo du bist. Denn die kommen jetzt. Wir kriegen das locker hin. Nice. Alter, da sind echt sehr viele da unten. Da sind so viele da unten. Das ist echt krass. Die Mission ist nicht einfach. Die Mission ist echt schwer. Ach, die Granate habe ich auch super geworfen. Das Blöde ist, gleichzeitig kommen auch die Bullen. Das ist halt eben das krasse hier. Gleichzeitig kommen die Bullen und gleichzeitig muss ich die ganzen Typen hier wegballern. Das ist jetzt nicht so einfach. Aber wir legen uns mal hier hin. Wir machen das ganz cool hier. Oh shit, das ging nicht. Da. Ich bin auch nur am beschützen, verdammt. Trotzdem, das interessiert wohl die Bullen nicht. Den Bullen ist das wohl scheißegal. Get in the contractors vehicle. Warum? Warum denn? Okay, ich muss jetzt also in dein Auto. Warum muss ich in dein Auto? Ich muss erst mal alle töten hier. Oh scheiße, die kommen hoch, die kommen hier hoch, oder? Die kommen hier hoch. Warte mal, 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 warte mal. Oh shit. Okay, ich muss also in das Auto von dem Typen hier, beziehungsweise von der Frau hier. Die Typen leben noch alle. Wie könnt ihr denn leben? Ihr brennt doch. Wie könnt ihr denn leben? Ihr brennt doch. Scheiße, überlebt ihr jetzt hier noch und wer nicht? Oh scheiße, oh scheiße. Irgendeiner ist hier noch. Irgendeiner ist hier noch. Egal. Komm, Lady. Du bist ein Sau. Du hast auch eine Pistole. Das ist aber süß. Das ist jetzt auch eine Pistole. Wie kommen wir jetzt hier? Verdammt doch mal weg mit drei Sterne. Ohne, dass du stirbst. Das ist nicht möglich, glaube ich. Kann ich hier raus? Wenn ich jetzt hier nicht raus kann, dann ist es vorbei. Ich kann raus. Schnell, 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 schnell. Oh mein, warum muss da eine Wand sein? Komm schon. Zum heiligen Mustang. Yes. Okay, durch hier. Durch, 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 durch. Go, 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 go. Die Bullen werden ja schon los irgendwie. Oh fuck. Okay, Bullen sind eh kein Problem. Viel mehr Problem sind die Typen, die den VIP töten wollen. Und die sind genau beim Auto drüben. Ich muss erst die Bullen loswerden. Ach du Scheiße. Erst mal die Bullen loswerden. Fuck me in die Ass. Warum sind so viele Bullen da? Oh man. Und die muss ja auch auf jeden Bullen, den sie sieht, schießen. Du bist auch intelligent, Lady. Okay, durch hier. Kannst du aufhören zu schießen, Mann. Wow. Das wäre sehr nett, wenn die aufhören könnte zu ballern. Tut sie aber nicht. Und wo fahre ich jetzt hier hin? Ach du Scheiße. Egal, ich bin nicht die Bullen los. Hör auf zu ballern, ich sag's dir. Sonst baller ich dir gleich rein. Und das wird nicht nett. Okay. Okay, so. So, bitte jetzt hier unauffällig verhalten, Lady. Weil ich glaub, die kommen hierher. Oh shit, die Typen kommen auch noch hierher. Die Bullen kommen und die Typen kommen. Wo die Typen? Gehen nicht unbedingt da. Doch, die kommen gleich. Okay. Scheiße. Okay, gut, 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 gut. Ich weiß, was wir tun. Hier stehen bleiben. Kurz warten, bis sie kommen. Dann haben wir weitergeballert. Kannst du in Deckung gehen, Alte? Ja, dankeschön. Sie kann also wirklich in Deckung gehen. Das ist nett. Komm schon. Ich seh das so schlecht. Wir sind so weit weg. Fuck, ich hab auch zu viele. Ich hab auch zu viele Dinge hier am Hals. Zu viele Sterne. Wenn ich das jetzt mache, kann ich auch die Bullen töten. Und dann wird das echt gefährlich. Vier Sterne. Ach du Scheiße, ich hab vier Sterne. Okay, das sind alle tot, aber wie werde ich jetzt die Bullen los? Wie werde ich jetzt wegen dir, Bitch, die fucking Bullen los? Steig ein hier. Ach du Scheiße. Vier Sterne loswerden, das ist kein Spaß. Nee. Vier Sterne loswerden ist kein Spaß. Ich glaub, mein Auto... Oh fuck, ich hab kein Benzin mehr. Ist das dein Scheißernst? Ich hab kein Benzin mehr bei meinem Auto. Das ist jetzt also mein Verhängnis. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Sie stirbt gleich. Sie ist gleich tot. Sie ist gleich tot. Sie ist gleich tot, verdammte Scheiße. Komm, lauf, 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 lauf. Komm. Ach du, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Lady, lauf. Lady, lauf. Ich hoffe, die stirbt nicht. Oh, oh shit. Oh shit. Oh shit. Schnell ins Auto, schnell ins Auto, schnell ins Auto, schnell ins Auto, schnell ins Auto. Schnell ins Auto. Komm, Lady. Oh man. Zum Glück schießen die nicht auf dich, hä? Zum Glück ballern die nur auf mich, ne? Okay, ich hab schnell ins Auto. Komm, komm, ich weg. Wow. Alter, den hat's zerlegt. Warum stellt man sich auch aufs Auto? Warum ist man so behindert und stellt sich aufm Auto? Oh, durch hier. Schnell durch hier. Oh, okay, wir bekommen das hin, wir bekommen das hin, Lady. Wir bekommen das hin. Oh, fuck. Ja, das denke ich mir auch geil. Das war echt shit. Ach, zwei Helis. Ah, man. Zwei verdammte Helis. Ich muss in eine Parkgarage. Oh, da vorne sind wieder Bullen. Ich muss in eine Parkgarage oder so. Du könntest auch wirklich mal aufhören zu ballern, Lady. Das wär schon nett. Ich brauche keine Hilfe von dir. Okay, wir müssen, glaube ich, einfach aufs Land fliehen. Ob das aussieht. Oh, shit. Aufs Land oder irgendwo unten rein? Unten rein. Da, 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 da. Piss dich, Mann! Okay. Bitte, 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 bitte. Findet mich nicht. Bitte findet mich nicht. Bitte findet mich nicht. Bitte findet mich nicht. Es sind vier Sterne. Oh, ne, die kommt, da kommt die rein, da kommt die rein. Scheiße. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Zu spät. Scheiße, Mann. Aber mein Plan war gut. Mein Plan war an sich gut. Irgendwo unter die fucking Brücke zu fahren. Oh, Mann. Irgendwo geht's hier doch noch weiter runter, oder? Irgendwo... Muss ich doch noch irgendwie... Ah, Straßensperre. Scheiß mich an, Mann. Wow. Vielleicht nochmal die gleiche? Oh, ich werde sie jetzt los. Ich werde sie jetzt los. Okay, komm, 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 komm. Wir schaffen das, wir schaffen das. Hier, bitte bleiben. Unauffällig. Bitte, bitte unauffällig bleiben. Bitte, Lady. Bitte duck dein Kopf. Duck dein Köpfchen. Duck dein Köpfchen. Duck dein Köpfchen. Vier Sterne. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Dann kannst du mir ein Blasen. Wird sie wahrscheinlich nicht. Aber sie sehen mich nicht. Sie sehen mich nicht. Okay, ich bin hier, glaube ich, gut versteckt. Wenn hier jetzt keiner runterkommt, dann ist alles okay. Wenn einer runterkommt, bin ich am Arsch, weil ich vorne, glaube ich... Nein! Weil ich vorne, glaube ich, nicht raus kann. Oh, Mann. Warum musste der hier gucken? Oh, das gibt's doch nicht. Oh, ich bin wieder weg. Okay. Ich hab sie wieder... Ich hab sie wieder abgehängt. Einmal um die Ecke gefahren und schon abgehängt. Okay, gut, dass die Bullen nicht so Clou sind. Gut, dass ich keine Polizeimotten habe. Da ist gerade vorbeigelaufen. Da hab ich mich gesehen. Überfahren, du Wichser. So gehört sich's. Gut. Weiter geht die Jagd. Weiter geht die Jagd. Weiter geht die Jagd. Ich hoffe nur, dass der Benzin reicht. Komm, 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 komm. Ich muss hier doch irgendwie loswerden können. Ich weiß auch schon wo. Ich muss raus aufs Land. Entweder verhebende eine Garage. Woppa! Oder raus aufs Land. Eins von beiden Dingen funktioniert eigentlich zu 100%. Oder man gibt einfach Gas und versteckt sich irgendwo hier. So, keiner sieht mich. Bitte. Bitte, bitte. Nein, da kommen sie. Nein! Das gibt's doch nicht! Ich würde vielleicht lieber hierher fahren sollen. Zum Glück hab ich dieses schnelle Auto hier gefunden, ne? Sonst war ich am Arsch gewesen. Nina wird mich wahrscheinlich auslachen. Wenn sie das hier sieht. Ja, Nina? Du weißt, wie man Bullen abhängt. Ich nicht. Komm schon, Mann. Ja, da kommen wieder welche von da oben. Ich hab keinen Bock mehr. Ah, shit. Oh, Mann! Okay, rechts, 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 rechts. Aber immerhin. Oh, nee. Oh, nee. Das war mein Reifen. Das war mein fucking Reifen, Alter. Wie soll ich jetzt ohne Reifen fahren? Oh, shit. Das wird nix. Das wird nix. Das wird einfach nix. Nein, wo bin ich jetzt? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Lauf doch, du Bitch. Lauf. Renn doch mal. Nun bleibt ihr auch stehen. Oh, scheiße. So. Komm, Auto schnappen. Weiter geht's. Komm, schon steig ein, Mann. Wo ist die? Wo ist die? Wo ist die? Warum bleibt die da hinten? Ach, du Scheiße. Oh, shit. Könnte die... Ist die tot? Die ist tot. Okay, die ist tot, aber ich muss in der Customers Vehicle rein. Warum muss ich denn ins Auto rein von der? Gangfahrzeug, Freund. Ja, die ist tot. Hä? Okay, ich muss aber in dieses Auto. Machen wir mal. Die ist zwar gestorben, aber vielleicht muss ich doch irgendwas mit dem Auto noch erledigen. Keine Ahnung. Oder ist meine Mission vielleicht erfüllt, weil... Äh... Oh, das ist meine Mission erfüllt, weil die ganzen Gang mitglieder tot sind. Ich weiß es nicht. Meine Reifen sind auch tot. Super. Gott sei Dank habe ich hier die Umsterblichkeitsmord drin. Ja. Beziehungsweise... Bin ich halt einfach umsterblich. Sonst würde ich das Ganze hier gar nicht machen können. Ich habe keinen Bock, hier 10.000 Mal zu sterben. Ja, 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 Police. Ist okay. Passt schon. Ich habe es kapiert. Ich habe es ja kapiert. Ist gut. Ist gut. Irgendwann könnt ihr auch mal aufhören, mich zu verfolgen, oder? Irgendwann könnt ihr auch mal die... Sache beruhen lassen, oder? Scheint nicht. Ich habe jetzt das Auto. Schnell rein, da, rein, da, rein, da, rein, da. Komm schon. Was muss ich denn mit dem Auto machen überhaupt? Vielleicht musste ich sie beschützen in diesem Auto? Vielleicht deswegen? Sehen wir gleich mal. Aber sie ist auf jeden Fall gestorben eben davor. Und vielleicht kann ich die Mission halt auch noch irgendwie zu Ende bringen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Doch, ja, Mission fehlt. Na gut. Ist halt so, eine Mission ist leider gefehlt. Was willst du machen? Das war trotzdem die, äh, John Wick Redhouse irgendwas Mord. Keine Ahnung. Alles in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Ich bin Jack. Haus rein. Ciao.